Da kommt noch was! Ihr könnt verlegen! Die Lüsterlänge dauert. Lade machen wir jetzt! Hey, Robby, los jetzt hier! Das kommt noch vom Armlager. Verstektal. Alles, was von uns sachen, wird offen. Wir sind kommunistisch. Militär, rückseite! Rückseite, bitte! Rückseite! Oh, F***! Oh, der hat mir getan! Hast du eine Binde? Ja. Also Schultern nur, kann ich noch? Dann haben wir Scharfschützen da hinten! Schultern am Netz! Oben Schultern, einfach mal den Arm hoch. Scheiße! Wir brauchen ihn hier oben sofort, Leute! Bitte! Hören wir den Rücken auf! Danke! Pass auf, die haben da schon welche! Komm unten, lass ihn! Schnell! 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 Hier oben hast du kaum Weckung, passt auf! Oh, mein Mann! Die neuesten Rachen! Aus dem Önland! Aus der Fallout-Zeit! Aktuell passiert jede Menge hier bei Fallout! Komm unten, lass ihn schnell machen! Heute früh wurde in einer gemeinen, hinterhältigen und unfairen Aktion der Bürgermeister von Prosek von den Militärs gefangen genommen. Er wurde nicht nur gefangen genommen, nein! Er wurde gefoltert, er wurde gedemütigt, ihm wurde ein Arm abgehackt. Daraufhin hat sich die Bevölkerung von Prosek entschieden, jegliche Zusammenarbeit mit dem Militär aufzukündigen. Da hinten ist noch einer! Au! Sniper! Der liegt da vorne irgendwo auf dem Boden! Kann er bleiben! Nein! Zudem sind unbestätigte Gerüchte aufgekommen, dass das Militär Urananreicherungen sucht und eine schmutzige Bombe bauen möchte. Ist es so besser? Scheiss, die Wand an! Wo kam der denn her? Ist es so besser? Der hoch ist gerade, ja. Der hoch ist gerade, ja. Von daher kam jetzt auch noch mal ein Powderball rein. Da ist da auch noch einer. Aber irgendwann muss er ja leer sein. Na, 500 Schuss dabei! Den Magazin! Also gibt es ein paar mit Drumback, habe ich schon gesehen? Jetzt? 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 Wo kann ich mich jetzt hören? Ja? Ja, wir können ihn hören, aber ich weiß nicht wie es im... Wir haben welche gehabt? Da, da, da! Genau auf... 12! 12! Wo ist denn Frank mit deiner Sniper? Ja! Ist da noch welche? Ja! Der hat im Einschießen! Immer noch? Ja! Ja! Da ist der blöde Ast im Weg! Wow! Die Kamer von ganz weit hinten! Da steht doch noch einer! Da komm ich nicht hin! Ja! Ich hab ihn da! Ich hab ihn hier verfangen! Achso! Scheiße! Ich will mich neu einbinden fast, oder? Dann kriegt man das abgewissen! Hast du was zum schneiden mit? Nehm ich nicht! Schieß einfach nie zurück! Lass es da einfach schießen! Hier ist aber noch ein Sniper! Jetzt fliegt der FS rein! Ich höre nicht über den Schuss! Könnt ihr noch hinter den Reifen in die Richtung sichern? Da sitzt einer irgendwo ganz weit weg! Der Reifen ist noch ein Säge! Oh! Na ist das falsch! Entschuldigung! Könnt ihr tag die mit seiner SR... Ne ist das falsches Team! Irgendjemand hatte noch ganz leisen Markierer am Start! Was hast du Kopfschmerzen? Das Küsschen aufs Nächsten geht's ja! Es müssten welche raus! Das ist doch gar keine so coole Position wie ich gedacht hab! Aber jetzt hast du hier oben halt kaum dicker! Danke! Dann schießt das okay! Ja! Das ist dann nicht jede Position gut! Oder hier snipet definitiv noch irgendwo eine! Wann kann man doch dort ein bisschen... ...eine... ...eine... ...wann wir sonst... ... Scheiße, noch ein paar Leute anfordern! Wir werden jetzt immer wieder angreifen! Dann müssen wir halt... ...gucken! Siehst du mal was? Ja! Soll der kann da hoch? Ja! 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 Die sind jetzt fast... Ja! Ja! Die Trafekni kommen jetzt immer wieder in kleinen Gruppen! Einfach nur zum rumnerven! Würde ich auch so machen! Eine oder andere Mauer sind auch. So rauchen Sie, dass man trotzdem in die Kuh stehlen. Ich kann erst mal prinken, sonst fallst du. Wir müssen noch mal zeigen, dass es für die Leiter nicht ohne. Das Problem ist ja, wenn ihr mit dem Haufen hocken, dann sehen wir die nicht. Die sind von den vorherigen Bewohnern. Ich meine, das war schon so. Hierher gekommen sie. Hier gab es keine vorherigen Bewohner. Genau. Das ist völlig cool. Die Arme ist sau.